Es war ein riesiges Gebäude und ich glaube, wir waren sieben oder acht Mitarbeiter zu der Zeit erst. Und ich habe nur gedacht, als ich davor stand, oh, das ist ja ein richtiges Bürohaus, das passt ja gar nicht für uns. Und unbezahlbar vermutlich. Natürlich, wir hatten ja überhaupt kein Geld nebenbei, also für was zu kaufen. Nicht wie ich das beschreiben soll, aber wenn ich etwas weiß, was ich vorher nicht wusste, dann kann das nur von oben kommen. Und das hat Jesus mir gezeigt. Er hat mir das gezeigt und gesagt, das ist dein, euer Projekt. Ich bin dort reingegangen, ich habe mir das angeguckt, es war riesig. Ich habe gedacht, treffen wir uns da in dem Gebäude überhaupt noch mit unseren acht oder neun Leuten? Es waren nur zwei Etagen, okay. Aber es war im Vergleich zu unserem Kellerbüro natürlich mega groß. Interessanterweise hat uns und mich aber auch niemand nach Geld gefragt. Also habe ich in dem Moment nur gedacht, gut, was machst du jetzt? Frag doch mal die Maklerin, die macht Finanzierungen. Also hat sie gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich kenne euch ja und ich habe sehr gute Verbindungen zu den Banken. Ich mache das, ich kläre das ab. Zwei Tage später rief sie an mit etwas gedrückter Stimme und sagte, es tut mir leid, aber nicht eine einzige Bank ist bereit, einem solchen Verein wie ihr seid, nur einen Cent zu leihen. Und es war schon ein komisches Gefühl, weil ich habe mich gefragt, wie ich einen Notarvertrag unterzeichne ohne Geld. Und ich habe dann irgendwo gedacht, gut, aber Herr, das ist doch dein Projekt, du hast mir das gezeigt. Oder habe ich mich verhört? Ich bin wieder in mein Kellerbüro zurückgegangen, saß an meinem Schreibtisch und dann kam plötzlich ein Impuls, wie aus dem Nichts. Rufe ein älteres Ehepaar an in Norddeutschland. Wie kanntest du? Eigentlich nur flüchtig. Ich war dort einmal eingeladen gewesen. Sie hatten mich mal in Bibel-TV gesehen, da habe ich mal was erzählt. Und sie haben mich mal eingeladen zum Stück Kuchen. Das war es. Also mehr war nicht, also es war keine besondere Beziehung. Wir haben auch lange nichts voneinander gehört. Ich hatte auch nicht mehr daran gedacht. Aber plötzlich kam dieses Ehepaar. Ruf dieses Ehepaar an. Und ich denke, nein, also ich habe überhaupt keine Zeit und das sind ja über 400 Kilometer. Und warum sollte ich dieses Ehepaar anrufen? Und ich habe weitergearbeitet. Am nächsten Tag kam das wieder. Ruf dieses Ehepaar an. Wieder aus dem Nichts heraus. Am dritten Tag kam es wieder. Und dann habe ich gespürt und habe gedacht, das kann überhaupt nicht von mir sein. Und ich habe mir die Nummer rausgesucht. Das Telefon stand vor mir. Ich greife den Telefonhörer, um den Hörer abzunehmen, um zu wählen. In dem Moment, wo ich ihn abnehme, höre ich eine Stimme aus dem Telefon. Nein. Ich denke, Moment, das kann nicht sein. Ich habe noch nicht gewählt. Da ist dieser ältere Herr am Telefon. Er hatte im selben Moment angerufen, praktisch ich habe abgenommen, ohne das Klingeln eigentlich zu hören. Und fragte mich, ob ich nicht zum Kuchen, zum Testing Kaffee mal kommen könnte. Sie hatten daran gedacht, mich mal einzuladen. Da hattest du keine Zweifel mehr. Ich habe gestottert am Telefon. Ich stotterne noch normalerweise nicht so oft. Und habe nur überlegt, ja, ich habe doch die Nummer gar nicht gewählt. Wie ist das möglich? Und habe nur gesagt, das ist ja interessant. Ich wollte sie auch gerade anrufen. Für mich war das natürlich jetzt spannend, weil ich hatte auch nicht grünes Licht, über Geld zu sprechen. Also ich bin da einfach nur hingefahren. Und dann saßen wir dort am Tisch. Und dann kam ganz toll gemachter selbstgebackener Kuchen, ein Testchen Kaffee. Und sie saßen mir so gegenüber. Und dann fragte er mich, der ältere Herr, wie geht es denn bei Open Doors? Und dann habe ich nur gesagt, wir sind sehr gesegnet. Wir erleben, dass wir weitere Mitarbeiter dazubekommen. Wir haben im Moment gerade ein spannendes Projekt. Wir wollen ein neues Gebäude kaufen. Wir haben zwar noch im Moment keine Idee, wie der Herr das machen wird. Aber wir sind gewiss, er hat schon dafür gesorgt. Und dann war so eine kleine Pause. Und dann schaute er seine Frau an. Und ich denke, was ist jetzt? Und dann sagte er noch diesen spektakulären Satz. Wie machen wir denn dann das? Also diese Grammatik habe ich heute noch in Erinnerung. Wie machen wir denn dann das? Und ich denke, was meint er jetzt? Und dann sagte er, ja, da wird ein Vertrag frei in drei Tagen. Da kommt so viel Geld. Dann wird ein Vertrag frei, ein Sparvertrag in vier Tagen oder fünf Tagen. Da kommt so viel. Und jetzt warten Sie mal einen Moment. Und dann ging er in das Nebenzimmer, kam zurück und hat mir 10.000 Euro in die Hand gedrückt. Er hatte die Summe genannt, genau die Summe, die wir brauchten für den Notarvertrag. Das heißt also, wir haben das Geld dann bekommen und ich konnte dort sitzen und konnte den Notarvertrag unterschreiben. Und so haben wir dieses Gebäude geschenkt bekommen, wirklich von Jesus übernatürlich geschenkt bekommen. Wir haben nie nach Geld gefragt. Wir haben kein Fundraising gemacht. Und wir haben keinen Cent bei einer Bank an Kredit aufnehmen können. Das ganze Ding konnte abbezahlt werden? Also es war so, eigentlich, als wir das Gebäude dann bezogen haben und sind reingekommen, dann haben wir gesehen, das hatten wir schon vorher gesehen, dass es durchgeregnet hat oben. Also das Dach war undicht. Dann haben wir gesehen, unter dem Teppich war Schimmel. Es gab keinen Keller. Und wir hatten eigentlich gar nicht viel mehr Geld. Und jetzt kam das nächste Wunder. Wir haben gedacht, okay, wir müssen da aber bald einziehen. Wie geht das? Wir dachten, das wäre schon alles so fertig zum Reingehen. Und dann haben wir einfach gesagt, gut, wir versuchen es mal. Wir brauchen Ehrenamtliche. Jeder ruft mal irgendwo in einer Gemeinde, wo er Jugendgruppen und andere kennt, mal an. Und diese Anrufe sind so fruchtbar gewesen. Einer sagte, ich bin Dachdecker. Ich habe mit meiner Frau einen Urlaub gebucht. Jetzt weiß ich, mein Urlaub wird bei euch auf dem Dach sein. Ich mache euer gesamtes Dach. Der Nächste hat gesagt, ja, wir sind 20 Leute von der Jugendgruppe. Wir haben gesprochen, wir kommen alle hin. Wir mussten den gesamten Boden, das ganze Erdgeschoss sozusagen, komplett rausstemmen. Mit ganz vielen Containern an Geröll und Müll. Wir mussten alles neu aufbauen. Es war ein mega großes Projekt. Aber überall, von allen Seiten kamen plötzlich die Ehrenamtlichen. Haben gesagt, wir freuen uns dabei zu sein. Und ich habe immer gesagt, wer hier mitmacht, der ist besonders gesehen. Und nach ganz kurzer Zeit war alles gemacht. Das Gebäude war komplett, es war schuldenfrei. Es gehörte uns und wir konnten daraus den Dienst weiterentwickeln. Ein Jahr später, das war glaube ich 2007, 2006 im Sommer, war dann praktisch das Gebäude in unser Eigentum übergegangen. Und wir haben bei dieser Einweihung wirklich Jesus die Ehre gegeben. Und haben gesagt, Herr, das ist dein Werk und wir wissen, dass es dein Werk ist. Wir wollen das alles, was wir bekommen von dir, zu deiner Ehre nutzen. Wir wollen das nutzen, um unseren verfolgten Geschwistern weiterzuhelfen. Schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de www.opendoors.de